Ja, kann passieren, ist ja auch spät die Sendung. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, es ist sehr peinlich, wenn man sich selber lobt. Aber ich möchte es an der Stelle einmal machen. Eigenlob stinkt und ich rieche halt nicht gut im Moment. Aber es gab etwas, was mich sehr gefreut hat. Unsere kleine Sendung wurde sehr gelobt und zwar von allerhöchster Stelle. Eine Art verbaler Ritterschlag, aber hören Sie doch einfach selbst. Herr Bundespräsident, kennen Sie eigentlich Ihren Doppelgänger, der bei Stermann Grissemann auftaucht? Kennen Sie diesen Heinz Fischer? Wir haben da kurz eine Einspielung vorbereitet, vielleicht schauen wir uns das gemeinsam an. Ich kenne ihn und ich bin neugierig, was Sie ausgesucht haben. Bitte, Sie sind genau auf Kurs. Bitte weichen Sie zurück. Ein Befehl der Republik Österreich, bitte. Bundespräsident kommt, Rettungsgasse. Danke, guten Morgen, bitte bilden jetzt. Auch ein Bundespräsident kann einmal die... Guten Morgen, schöne Frau. Danke. Na, schöner Tag heute, gell? Bitte Hände aus den Taschen, wenn der Bundespräsident kommt. Danke. Was sagen Sie dazu? Ich bin... Ich hab... Sie können auch drüber lachen. Ich kann drüber lachen. Und manchmal sag ich wirklich schon, guten Morgen, wie es da fortkommt. Also, heute früh habe ich so gesagt, guten Morgen und alle haben gelacht und ich habe mich gefreut. Vielen Dank, wirklich, das ist Lob von höchster Stelle und ich glaube nicht, ich glaube wirklich nicht, ohne alle zu können, aber ich glaube, es gibt in ganz Europa keinen Präsidenten, der ähnlich selbstironisch ist wie Heinz Fischer. Also, in Russland wären wir beide längst in Sibirien. Ja. Ja. Danke, Heinz Fischer, wirklich. Das ist wirklich groß. Ähm.